ich grüße dich und freitag schön dass du eingeschalten hast ja das wochenende kann für mich kommen ich freue mich auch schon darüber und ich habe jetzt noch ein paar tage wie gesagt und dann geht es mir auch wieder gut ich esse übrigens gerade einen sehr leckeren weizen toast von aldi 95 cent hat gekostet und es einfach wirklich gut egal ob jetzt so oder getoastet er ist lecker bis gleich wie gesagt bei aldi für 95 cent und ich hatte mir ein trost gemacht aber ich verstehe nicht warum bei der heißluft frittöse immer das obere teil da einfach sich verschiebt aber erkennt mich ja wenn etwas frisch ist braucht man weder margarine noch sonst was wenn es ein bisschen älter ist kann man es sehr ein bisschen aufpimpen und ja ich wünsche noch einen angenehmen freitag für die die noch arbeiten oder auch nicht